Das sind die Wohnungen hier bzw. die kann man auch durch die Ferienhäuser Da wird aber nicht so gut von gehört, sieht auch nicht so sauber aus, aber naja ok, da fährt man dann feste Mauern Aber die Bewertungen auf Google sind nicht so gut Hier ist auch nicht so schön der Parkplatz, aber es soll noch relativ teuer sein Und ja, bei der Bewertung steht irgendwas von wegen Schimmel, Kackelaken oder so Ja ich mein, Insekten hast du ja jetzt auf den anderen Plätzen hoch, das ist... Ja was denken die Leute wo die sind? Das ist vollkommen normal Mitteln mehr sowieso Ja ist mir ja so wahrscheinlich überzogen Irgendwelche Kurentenkacke oder so denke ich mal Aber es wäre sowieso nichts für mich so... Obwohl ja... Weiß nicht... Braucht man das? Diese Dinger die du in einem anderen Video gesehen hast, die finde ich viel schöner, viel besser, viel neuer Aber ok... Aber ich gehe jetzt erstmal zum Strand Zwei Stunden in der Sonne liegen Jetzt ein guckach oder kling